einen wunderschönen guten tag allerseits und willkommen zu diesem laber video es ist mal wieder an der zeit mit euch ein bisschen zu reden ein paar punkte habe ich mir so stichpunkt artig aufgeschrieben und ja das gehen wir heute mal durch habe ich mir gedacht und ihr könnt euch entspannen euch mit einem guten getränk zurücklehnen das gameplay das im hintergrund läuft was auch immer es ist ich weiß es noch nicht genießen und ja hoffentlich gute zeit haben punkt 1 auf meiner liste ist erst einmal ein dankeschön an euch alle heute war es soweit also stand 21 8 ich habe meine allererste mmo ga auszahlung dieses jahr erhalten halleluja ich habe mich tatsächlich sehr sehr darüber gefreut und dankeschön an alle die meine links in der video beschreibung nutzen und sich da keys oder was auch immer können dankeschön dass ihr an mich gedacht habt auch ein ganz ganz großes dankeschön an alle kanal mitglieder ich möchte die jetzt einfach mal namentlich vorlesen wir haben da bietchan wir haben just me offi den daniel die margarita den kabulator den sammy adlan jasmin severin archäon morwius rini und riker dankeschön auch an euch dass ihr mich zusätzlich unterstützt mit ein bisschen geld auch dankeschön natürlich für die ganzen likes auf den videos ich glaube ja irgendwie dass youtube aufgrund der tatsache dass es diesen kanal schon mittlerweile ich glaube zwölf jahre gibt und eben aufgrund dessen viele inaktive abonnenten da sind dass youtube mich da so ein bisschen geschädel band hat und meine videos nicht so wirklich neuen leuten vorschlägt kann es nicht beweisen der algorithmus den kennen youtube mitarbeiter wahrscheinlich auch selbst nicht so wirklich habe ich mal gelesen aber ja das ist so meine vermutung und solche die ganzen likes die helfen natürlich ja muss man einfach sagen und auch dankeschön an die paar wenigen leute die regelmäßig kommentieren auch das hilft natürlich dem kanal und zugegebenermaßen auch meiner motivation ja also mich bei hitze hinzusetzen aufzunehmen und zu schneiden ja also selbst mit der klimaanlage die ich mittlerweile in diesem büro hier stehen habe ist das immer noch eine überwindung bei der hitze denn während ich aufnehmen kann ich die natürlich nicht laufen lassen also dankeschön tatsächlich dass ihr mich da so unterstützt und dass ihr meine motivation aufrecht erhaltet und last but not least natürlich auch dankeschön an alle die die videos zumindest ganz anschauen oder sie durchlaufen lassen auch das hilft natürlich dankeschön ja das wollte ich einfach mal wieder sagen dankeschön so wie geht es jetzt eigentlich weiter hier auf diesem wunderbaren kanal ich habe es ja schon angekündigt in den let's play folgen medieval dynasty wird künftig etwas seltener erscheinen ich habe jetzt auf platte glaube ich noch drei vor produzierte videos und danach wird es erstmal anders weitergehen es ist halt jetzt wo wir schon ein bisschen weiter sind ich glaube wir sind im jahr vier oder so es ist halt doch irgendwie immer das gleiche ja und nur in nuancen kommt dann halt immer was neues dazu ja da kommt mal ein upgrade dazu von einem gebäude oder es kommt mal wieder ein neues gebäude dazu aber vom prinzip her ändert sich da halt jetzt nicht mehr so viel und ich finde es wir sind mittlerweile an einem punkt angelangt wo das spiel jetzt nicht mehr sonderlich spannend ist ja also die bude läuft unser dörfchen kann theoretisch auch ohne uns überleben und das merke ich mittlerweile auch an den aufrufzahlen auf den videos also ich merke doch sehr deutlich dass bei euch selbst da auch so ein bisschen die luft raus ist und deswegen werde ich künftig medieval dynasty privat weiterspielen und euch dann immer wieder mal updates aus dem dorf geben weil das spiel macht mir persönlich schon sehr viel spaß und ich möchte auch auf jeden fall weiterspielen ich möchte das dorf richtig schön gestalten noch irgendwann aber wie gesagt so als tägliches let's play glaube ich eignet sich das jetzt an dem punkt wo wir gerade sind nicht mehr so und deswegen habe ich jetzt vor so jede woche oder alle zwei wochen je nachdem wie ich halt zeit habe auch ne werde ich euch dann so ein kleines update geben das wird dann quasi wie so eine normale let's play folge ich zeige euch was neu ist was es neues gibt für euch so ein bisschen herum und dann spielen natürlich auch ein bisschen weiter immer vielleicht machen wir dann noch diese haupt quest das weiß ich jetzt noch nicht vielleicht erzähle ich euch auch einfach wie die ausgegangen ist wird sich zeigen auf jeden fall wird das jetzt so kommen und natürlich möchte ich aber trotzdem meine drei täglichen videos beibehalten es wird sich wahrscheinlich im september dann ein bisschen was an den zeiten ändern weil ich dann nicht mehr vor 13 uhr videos einstellen kann sprich mit thumbnail beschreibung titel etc das heißt die zeiten werden sich wahrscheinlich so ein bisschen nach hinten verschieben der 13 uhr slot der wird wahrscheinlich demnächst noch ein bisschen nach hinten wandern ich weiß noch nicht wohin ich den sätze aber das seht ihr dann ja nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich ein folge projekt und da habe ich mir gedacht frage ich einfach euch mal was würdet ihr euch denn wünschen schreibt es mir gerne in die kommentare soll natürlich thematisch so ein bisschen zum kanal passen also bestenfalls sind natürlich rpgs oder survival spiele mmos ja da kann ich sagen oder werde würde ich höchstens angespielt rein machen und natürlich sollen es auch keine ollen kamellen sein die wir hier schon auf dem kanal haben also ich selbst habe jetzt zwei sachen so in den blick genommen das ist einmal sons of the forest das habe ich schon eine halbe ewigkeit auf der platte aber nie gespielt oder und das ist jetzt auch relativ neu erschienen im early access sen goku dynasty also quasi ein medieval dynasty nachfolger im alten japan könnte man auch spielen sen goku dynasty habe ich mir jetzt noch nicht gekauft das würde ich mir dann kaufen wenn ihr sagt und das wäre doch interessant für mich das würde ich mir gerne anschauen genau ja schreibt wie gesagt mal gerne in die kommentare was ihr euch so als projekt wünschen würde und dann gucke ich mal vielleicht mache ich dann noch mal im community tab eine abstimmung oder aber wenn die meinungen doch relativ einhellig sind dann kann man das direkt einfach starten ansonsten wurde ich in den kommentaren auch jetzt schon ein paar mal gefragt ob ich den guides zu bulges gate 3 machen werde und das muss ich leider verneinen einerseits bin ich nämlich zu blöd für guides zu dem spiel und ich muss ganz ehrlich sagen also wenn ich da einen guide produzieren würde dann würde ich mich auch erst mal bei anderen youtuber umschauen das ist ja irgendwie also ja die infos könnt ihr euch ja dann bei dem jeweiligen youtuber auch genauso holen da braucht er ja mich nicht zu aber noch viel wichtiger ist auf der anderen seite bin ich ehrlich gesagt mittlerweile strikt gegen guides ich weiß ich habe früher sehr sehr viel guide content produziert ist nicht mehr mein ding und warum das werde ich euch vielleicht demnächst mal in so einem laber video erörtern also mittlerweile bin ich strikt gegen guides muss ich sagen aber so viel dazu und dann wurde ich noch gefragt bezüglich starfield das erscheint ja anfang september glaube ich und ich sag mal so zocken werde ich das definitiv aber soll man denn dazu auch ein projekt machen ich meine ich habe mir erst kürzlich wieder einen monat den xbox game pass gegönnt da wird das ding meines wissens ja auch dabei sein und wenn ihr lust auf starfield habt dann können wir da gerne ein let's play zu machen ansonsten spiele ich privat und freue mich an wilden planeten reisen so und damit sind wir auch schon wieder durch ich weiß persönlich nicht ob das format so für euch was ist schreibt mir gerne mal in die kommentare zusätzlich zu eurem vorschlag da kann man das gerne auch mal öfter machen ich mache es halt eigentlich nur wenn ich mir denke ja jetzt ist mal wieder zeit so ein bisschen euch zu informieren dann mache ich sowas und ansonsten kann ich das aber auch sehr gerne lassen wenn ihr sagt juckt mich so gar nicht gut dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen morgen mittag oder abend je nachdem wann ihr dieses video hier guckt und wir sehen uns macht's gut ciao so Untertitelung des ZDF, 2020